Gut gepanzert ist halb gewonnen Panzertaktics DS Das erste rundenbasierte zweite Weltkrieg Strategiespiel für Nintendo DS Wählen Sie zwischen drei Fraktionen Deutsche Wehrmacht, Rote Armee und Alliierte Kommandieren Sie 150 verschiedene Einheiten Zu Lande, zu Wasser und in der Luft Multiplayer Schlachten für bis zu vier Spieler Inklusive Hot Seat Modus Nintendo Wi-Fi Connection Und drahtloser DS Datenübertragung Panzertaktics DS Ab Oktober 2007 www.panzertaktics.com